Ja Willkommen zurück zu The Forest Wir befinden uns ja jetzt direkt nach der ersten Aufnahme wieder hier So und wir erwarten natürlich wieder einen Ansturm der Ureinwohner Ich würde es ja eher Krüppelverein SV Forest nennen Aber da kriege ich wieder Probleme mit dem Krüppelverein SV Forest Und das möchte ich natürlich nicht Wir sind ja 44 von 40 Wenn das nicht funktioniert wenn wir alles gebaut haben Ja dann verendet ich das LP Dann reicht es mir gerade mal Das glaube ich ja wohl denn was soll das denn Also wehe ja Kriegt das mit mir zu tun Jetzt machen sie es wahrscheinlich erst recht Was macht der Hase denn eigentlich da Ich glaube abgeschlachtet werden wollen Das muss einfach so sein Aua Immer Ausschau nach unseren Freunden halten Das ist hier meine Aufgabe Ich frage mich wenn der Great Kali hier zum Beispiel abstürzen würde Ich meine der wird die einfach nehmen und gegen Bäume schmeißen Und dann hätte sich das mit dem The Forest Dann wäre das The Rückenbrecher Ex-Forest Ich habe mich entschieden jetzt auch Krüppelverein SV Forest Das ist einfach jetzt so Hier sollten wir uns nicht zu weit voraus wagen Wir sind auf jeden Fall bald Boah Äh hallo So direkt hier nach dem Absturz melde ich mich hier mal Aus meiner Position Das lief ja gar nicht gut Ich weiß nicht drei minuten 24 und dann Blub Toll Werde ich auf jeden fall vor die folge hier schneiden Äh war ja nicht so toll Äh ich habe es dann auch erstmal gelassen Weil mein PC dann insgesamt abgestürzt ist Ich hatte ein Download also ein Upload vom Video Hat 80% und das ist dann abgebrochen worden ist einfach schön So und jetzt bin ich doch Tatsache mal gespannt Wie diese Runde laufen wird So Wir locken die auch gut an mit dem Feuer ist mir übrigens aufgefallen beim Rendern Aber Nun ja Wir brauchen ja Licht oder Und wo ich gespeichert habe war eigentlich hell Also ich weiß ja nicht Wie hackt der denn jetzt doch egal Ich meine so hackt ja jeder heute oder Wehe nicht So dann lassen wir den Baum in eine Richtung fallen die wir wollen Wow So Und dann würde ich sagen bauen wir mal das Haus fertig 56 von 28 das wird als weniger ich mach mir Sorgen Falls sie sich dieses Haus nicht bauen kann dann wird es ein Total Krieg wollte ich jetzt nicht sagen Denn Krieg Krieg ist immer gleich Von welchem Spiel war das? Naja das muss ja eigentlich jeder kennen Was ist das da vorne Herrgott Was ist das da vorne Herrgott Da gehen wir jetzt mal gleich hin wenn ein Tag ist Aber nur wenn ein Tag ist Hm 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 So wieder kein Timer gestellt war schon lauf So Ich wäre ab ich wäre ab Ähm so Ich weiß gar nicht ob es das Abwehren überhaupt bringt Und So noch 22 So wir sind bei dem magischen 20 angekommen So Mist Wir brauchen da was zu essen So wir nehmen natürlich ein Kaninchen weil das viel schwerer zu bekommen ist War natürlich schlau So 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 Mit der Axt ist der Bug soll ja auch behoben sein Ich finde es toll wie gut die das durchziehen mit dem Bug fix Using bla 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 Äh bug fixen Bug using ist was anderes Finde ich gut dass sie das so durchziehen echt also wow Also hier halt hoffentlich die Ironie ne Wir brauchen Blätter Das kann ja immer nicht aufnehmen kurz Ach wir könnten ja übrigens mal So Aber ich weiß nicht ich mach mit der Axt lieber mal weiter oder Ist ja eh egal glaube ich Ich weiß gar nicht ob die irgendwie mehr oder weniger Schaden machen Keine Ahnung Ich bin ja ganz froh dass wir aus der Höhle rausgekommen sind Und inzwischen soll ja äh Hier ne Hier panken und so Warte wie nannte der Kronzi Muschi Klaus und Galoppel Weiß ich gar nicht Das war der Muschi Klaus Und Galoppel Ach keine Ahnung Laufen ist da hinten rum Oh wir haben wir nacht Wir gehen mal schlafen Oh wir haben tagesbeginn Huah So Machen die Feuerwehr wieder ein bisschen stärker Und fangen wieder an zu holzen Ich hab mir gedacht da hinten läuft einer von denen War aber keiner So Wir frieren ein wenig Obwohl es nicht angezeigt wird Achso weil es gerade weg geht glaube ich So läuft doch ganz gut Die eingeborenen sind noch nicht da Bin mir sicher die kommen gleich Mal wieder Hausparty hier So wenn ein richtiger Tag ist Ich bin schon gespannt was da hinten ist Bin ich wirklich So Es hat aber schon was irgendwie die Dünne zu fällen Ui Squid Shots Wird ja alles besser der Ausblick hier also Haben wir doch schon vom Ausblick her eine gute Position in uns geholt Der ja auch so wichtig ist im survival game der Ausblick Ihr kennt es ja Ähm eigentlich ja nicht halt Maul Was? So Was für fette Baumstämme einfach mal Das zuverlässigen Quellen weiß ich dass wir 82 brauchen Ich guck als mal ob die sich nähern wir wissen ja von wo die kommen normal Oh Screenshot Ne aber sieht schon geil aus was sie hier gemacht haben Also grafisch ist das Spiel schon mal fertig würde ich sagen Kann ich schon fast sagen Stehen die da hinten rum Ne das sind nur Bücher Meine Screenshot Keine Ahnung Screenshot muss ich irgendwie dauernd machen Jetzt habe ich weiß ich gar nicht Ich werde das Haus auf jeden Fall fertig bauen Äh Weiß ich gar nicht weil ich ja noch die drei Minuten dran geholt habe Weiß ich leider nicht wie lange ich jetzt aufnehmen soll keine Ahnung weil ich ja auch keinen Teil mehr gestellt habe Das macht irgendwie schon spaß also holz zu hacken macht einfach bock Also jetzt geht das zum Beispiel zum Beispiel Obwohl er es macht doch schon viel mehr Spaß Obwohl er es macht doch schon viel mehr Spaß wird Obwohl er es macht doch schon viel mehr Spaß wird Hallo Leute ich glaube ich habe ein bug entdeckt Ich drück gar nichts also hallo Hallo Er schlägt immer noch Mann Hobodance 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 Uh Bis zum Beispiel Forscher Die Gänsehaut Gerade Es ist stehen immer so Gesit Geht Voll ab hier Ich hab mir's überhaupt jetzt zu spiel Jetzt gar nichts speichern Er ist gesagt Was sollen das jetzt Mann Alter Hallo Wir haben tatsächlich einen bug entdeckt den kannte ich jetzt so noch gar nicht Musik ist ja ganz toll aber die bringen uns hier einfach nicht weiter Ziemlich verarschen was soll denn das Alter das kotzt ja an Hallo Äh schlafen gehen Geht nicht Was Na toll hoffe ich hätte es nicht so mit gespeichert Kacke Also irgendwie Hör auf Wir werden das jetzt noch fertig kriegen Leute was ist das denn für ein bug einfach Komm schon Ja wir haben das haus fertig Ich Komm schon Gehreiten Was LH Was ist das denn jetzt na geil ich werde die folge bugs ohne ende nennen sich das doch mal an was soll das jetzt sind da einfach gar nichts es ist auf dem boden seriously komm ich kotz gleich wir sehen uns dann wohl in der nächsten folge aber wir haben das haus fertig geil mit tür sogar ich freue mich wie behindert ist das denn jetzt gerade hier